Wir waren im Fußball 30 Jahre früher immer Elf gegen Elf und immer gewinnt Deutschland. Jetzt ist es mit Handball für uns. Wir sind sehr stolz, wir haben sehr gut gespielt, ein knappes Spiel und am Ende Kanellas mit einem unglaublichen Wurf gewonnen. Natürlich war es ein schöner Moment. Ich habe einfach nur gesehen, wie der Ball im Tor gehen und mein Gefühl war unglaublich. Das letzte Ding, was ich gemacht habe, war der Score sehen. Wenn ich gesehen habe, war es nur zwei Sekunden noch am Ende. Ich weiß, dass wir gewonnen haben und ich war so glücklich. Und dann kann ich mich erinnern, dass wir alle Mannschaften zu mir kommen. Und Puff, ein schönes Gefühl, unglaublich. Frankreich hat einen guten Angriff, gleich Dänemark. Und wir sind gleich bereit für dieses Spiel für Frankreich.